Vorne. Boah, das sind zig Vögel. Guck mal. Alter, guck mal, guck mal. Geh mal weg. Ich musste das so machen, weil ich hätte sonst dein Gesicht drauf gekriegt. Ja? Kannst ruhig hinter mir stehen. Du schärfst mich schon nicht. Du schärfst mich schon nicht. Bleib ruhig hinter mir. Und die Kumpels sind die Führer. Die machen nichts. Die machen wirklich nichts, Mama. Die sind ganz lieb. Da, drei Vogel, fünfer, äh, sechser Vogelschmar. Ja, dann muss der mich halt in der Prübe suchen kommen. Geht nicht anders. Ja, das ist aber jetzt auch wichtig. Ich bin das so drauf. Was? Ja, dann hat er mir was nur erzählt. Ich mach kurz auf Pause. Ja, Mama! Hm? Ich gucke jetzt mal nach der Krallenwolke, ne? Was? Ja. Hm. Je... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nee, bei den dunklen Wolken steht kein Abendrot. Geht doch gar nicht. Jetzt wollten sie zu schwarz dafür sind. Geht doch gar nicht. Das war's für heute. ich kann jetzt nicht zurückschreiben es geht nicht kannst du bitte schreiben ja okay so noch mal raus weil ich kann das nicht antwort ist gerade ja was er hat hier geschrieben gehabt er wollte es doch herausfinden kannst du zurück antworten dass jetzt hier antworten kann weil ich am aufnehmen sondern untergang ist auch einfach ich schreibe einfach für mich okay ganz herausfinden heraussuchen das hat mir heraus so meint ich heraus so habe ich gemeint heraus so immer gerade versprochen entschuldigung heraus so nicht gemeint kommst du wieder mit raus ja 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 ich habe angst dass er mich nicht besuchen kommt hallo was habe ich gesagt der kommt ja ok der ist am abendbrot essen hier am abendbrotzeit guck mal nach der tic tac uhr ja ok man weiß das ja ok man stört keinen mit dem abendbrot bei der armschnitte trotz des schleierwolles kannst du es auch noch gut sehen da hinten siehst du das weißt du was ich doch er das ist meine das 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 Ne? Das sind kleine Kinder. Das sind kleine Kinder, die dürfen jetzt nicht wissen, was das ist, ne? Du hörst ja jeden Abend, das Geräusch, das ist ein geplichtiger Geräusch, geplichtiger Flöte oder Trompete, was es ist. Hier, guck mal mein Handy rein, da kannst du es sehen. Die weißen Wolken könnten höchstens rot werden, aber vielleicht auch nicht, die werden von den schwarzen Wolken überdeckt, überrannt. Müssen wir später abwarten, ne? Müssen wir nicht, dass unsere Koffe keine gewassten, weil wir echt kleidig sind, waren wir. Und das sind die Koffer. Aber das ist es. Also ich würde, dass wir hier mit Lüsten vorsehen, dass wir hier. Wenn wir, wenn die Koffer gelaufen sind, ist es cool. Weil es ist eigentlich nicht so, warum? Wunderscheibe. Ja, jetzt weiß ich das bitte. Keine Ahnung! Ja, aber ohne Koffer. Er kann nicht nüften. Das ist ja nicht nüften. Es ist da nicht so viel, wenn man mit Lüsten ver ștelt. Wie soll ich nichts verkommen jetzt? ich wollte gar nicht mit ihr einkaufen bei der tankstelle ich habe die ganze sie gehört nein wir waren nicht wir waren drin geblieben immer waren ich habe gerade wissen kommen wir sind alles mitgebracht immer noch die sonnenhalber Ja. Weiß ich nicht mehr. Siehst du diesen grünen Fleisch? Mhm. In den Wolken. Ja. Ja. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist was ich meine. Geht schon die ganze Zeit so, die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, was das ist. Gestern Abend. Montagabend. Ja, das geht schon die ganze Zeit so, weißt du das. Ich tröte ihn, ne? Ja. Ich tröte ihn. Ich tröte ihn. Ich tröte ihn. Ich tröte ihn. Ich kann ihn nicht mehr sagen, ich kann ihn nicht mehr sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017